Die Königin bekommt für ihre Reise, die geht jetzt irgendwo hin in die Welt, trägt sie natürlich ihren eigenen Hofstaat mit. Jetzt kommt ein Rauchstoß, weil ja die Königin nach dem Lacken stinkt und jetzt noch Wasser. Jetzt lecken sie sich gegenseitig ab und jetzt ist Freundschaft geschlossen und jetzt ist alles in Ordnung. So, 60 Euro, danke. Eine Preisliste, die Rechnung. Singerköniginnen werden in 58 Länder der Welt verkauft, auch Kunstschwärme. Zwei bis drei Kilogramm lose Bienen in einer Kiste mit einer separat verpackten Königin. Innsbruck ist das. Morgen früh sichert wird. Dieses Morgens sicher gut gepasst. Die Bees Die Bees Die Bees Wenn die Brüder das Material zurückkehren und die Baben zurückkehren, 19 Tage später, wir sehen einen impact auf die Brüder. Wir sehen die Brüder sterben. Und es ist die Fungiside an der Arbeit. Und jeder kennt das. Das sind die zwei Motivationen in Leben, meine Freunde. Greed und Angst. Ich weiß nicht, wie ein Business oder ein Lebensstil und glücklich sein wird. Das ist nicht in meinem DNA. Wir sind Kapitalisten. Wir wollen zu werden. Total global domination. Wir wollen nicht in der Natur, kein Spritzmittel, kein Gift nehmen. Das gibt natürlichen Hund, der wunderbar ist. Ein Drittel von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Aber jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie. Die Nachrichten sind voll davon. Sprechen von einem Mysterium. Ich mache mich auf die Reise, um die Lösung des Rätsels zu suchen. Ich habe keine Zeit, um es persönlich zu nehmen. Ich weiß, dass diese Hive nicht sterben hat. Ich muss einfach weitergehen. Mein Vater würde wahrscheinlich aus dieser Geburt gehen. Wenn er heute gesehen hat, wie wir die Bienen behalten, würde er denken, mein Gott. Du hast dein Herz verloren. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus. Ich habe keine Zeit, aber... Ich bin jetzt auf das Internet. Ich habe keinen Einsatz vor. Ich mache mich. Ich sage dir, dass der Vater bleibt, alles auf der Erde ist. Ich sage dir, dass das St. Kaffee macht eine antenna. Ich bin ein Mann. Vielen Dank.